Hey, yo, was, was geht, ihr Bitches, ähm, heute wieder, ne neue Folge, das Scheißspiel ist voll laut, man, alter, fuck, warte, einen Moment, so, ne neue Folge, äh, Let's Play Black Screen, ich hab mir gedacht, ich springe mal ein bisschen Licht ins Dunkle, deswegen spielen wir, äh, Why Real Life Cooking, wir kochen wie im echten Leben, was nehmen wir denn? Wir nehmen das hier, müssen das hier hinlegen, dann müssen wir das wahrscheinlich schneiden, ne, wie mache ich denn das? Bamm, perfekt, ja, nice, ey, wir sind schon voll gut und so, ja, jetzt in Scheiben schneiden, machen wir, sollten wir vielleicht erstmal schräg irgendwie die Schale wegmalen, oh, scheißegal, ähm, müssen noch irgendwelche Opfer essen, die mich eh nicht interessieren, also von daher, fuck off, wie wir hier kochen, äh, und schneiden, ja, sehr schön, so, jetzt nehmen wir das Ganze hier, da, packen das da drauf, mhm, Jetzt nehmen wir das hier, so ein Apfel, ja, schneiden wir da auch erstmal weg, nice, erstmal mit dem Stiel, mhm, jawohl, scheiß auf Schäden oder so, aber im Apfel geht es ja noch, bei der anderen hätte ich vielleicht ein bisschen, ja, fuck off und so, ja, sehr schön, sehr schön, ästhetisch sehr ansprechend bis jetzt so, das ist schon sexy, wir bekommen schon Bock auf Apfel und so, aber Böden sind ja eh viel geiler, also hoffentlich kommen noch Böden dazu, Nervoll, ne Oranie, und da auch, wir haben es nicht so mit dem Schäden, kann das sein, ja, scheiß auf, äh, scheiß auf, vielleicht kommt das ja noch, vielleicht kommt das ja noch, das wäre aber ein sehr wichtiger Schritt, meiner Meinung nach, aber, Ich muss sagen, die Musik ist sehr, ich weiß nicht, kennt jemand diese typischen Hunde- und Katzen-Videos, da ist auch immer diese total unnötige, ähm, fröhliche, äh, 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 Musik dabei, das ist auch total scheiße, geht mir mega auf die Eier jetzt mal, das fackt mich jetzt auch schon hardcore ab, muss ich ganz ehrlich sagen, boah, Alter, ich, Ich werde schon wieder nervös, ja, Alter, ich spiele irgendwie 5 Sekunden und ich habe das Gefühl, ich nehme an so einer, ähm, Beschäftigungstherapie teil, und das ist nicht gut, das ist nicht gut, ja, wann geht es jetzt hier mal ans Backen, ich habe Kochen vorhin gesagt, ne, Mann, jetzt mach doch, oh, meine Fresse, gib mir Hartkopf die Eier, ja, 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 Alter, Alter, wie, hätte ich schon Bock, Alter, aber spielst du es nach dem Spiel jetzt nicht mehr, äh, nee, fick dich, ich gehe was anderes spielen, das ist ein Kacke, So, wir spielen das Tower-Building, das ist auch wahrscheinlich viel besser, Bam, da wäre richtig gut ein Tower gerade gebaut, Alter, wir sind richtig gut schon, ja, Ja, und jetzt so, Oh, nice, jawoll, Ja, das ist gar nicht schief und so, Das, das, das funktioniert, Ja, das ist, äh, Kolde Taraschan und so, scheiß auf, Die Menschen unten, Okay, das ist Kacke, ich spiele was anderes, So, ich habe mich entschlossen, wir machen doch den Blackstream weiter, weil es gibt da kein Tolles Spiel, was auch nur ansatzweise an den Blackstream rankommen würde, deswegen würde ich sagen, ich wünsche euch viel Spaß jetzt beim Blackstream und so, ne, Gönnt euch. Gönnt euch. Gönnt euch. Gönnt euch. Gönnt euch. So, hier Ende des Videos, dummes Endcard gelabert, wo ist ja noch gar keine Endcard, so, ja, zuschauen, danke, bla bla bla, abonnieren nicht vergessen, ganz wichtig, so haut rein, tschüss. Gönnt euch.